Dann ist das doch von Uranium. Das wäre ja perfekt. Warum ist es manchmal einfach dunkler? Aua. So, schon langsam. Ne, das ist Stein. Schade. Ist das noch Stein, oder? Ja, das ist Stein. Ist das Stein? Ja, Stein. Okay. Dann gehe ich immer wieder raus. Ähm. Aua. Wo ging es denn? Hier nochmal raus. Da unten, oder? Ja. Nee, hä? Ich bin gefangen. Gibt es hier raus? Das gibt es doch nicht. Hier, vor mir. Als wenn es so schwer wäre. So, dann suche ich mal etwas Uranium. Ich kann es ja noch zu dir mal sagen. Ich glaube, so lange wie ich hat noch niemand gebraucht, um in diesem Spiel ein Schiff zu bauen. Seine erste Schiff zu bauen. In survival mode. Aber ich muss sagen, ich spiele das Spiel wahrscheinlich auch nicht auf die Schlauste Art und Weise. Ich spiele es halt auf meine Art und Weise. So, das ist doch wieder hier, ne? Hier bin ich doch normalerweise. Genau. Dann tue ich nämlich kurz hier mal den Beacon anmachen, damit ich ihn auch wieder zurückfinde. So, ähm, ja, eine Sache fehlt allerdings noch. Das muss man gucken, wie viel das kostet. Ähm, und zwar... Oh, Sekunde, ich muss kurz weg. So, da bin ich wieder. Und... Ab geht's. Bicken es an und wir konfarmen. So, wo gibt's denn Uranium? Vielleicht der hier. Ich weiß noch, was ich sagen wollte. Ähm, ich brauche noch hier einen Detektor. Or Detektor. So, hier so oder so, ne? Detektor Components. Das mache ich jetzt später mal. Ich weiß, wie viele die kosten. So, mal gucken, ob ich hier irgendwo... ...Uranium finde. Ich gehe mal kurz raus und suche mit dem Bohrer. Weil der hat zwar einen kleinen... Detektor eingebaut. Was ist das eigentlich? Das ist doch kein Stein, oder? Doch. Was ist denn das? Ist das auch Stein? Äh, richtig komisch. Ja. Ja. Okay. So, mal gucken. Da unten ist bestimmt was drin. Ach, da bin ich ja. Ähm, dann... ...lieber woanders hin. Oha, das Schiff ist ja richtig groß. Aber es soll ja nicht groß sein. Und ich muss die Beine umfärben, die passen einfach nicht dazu. Da vorne ist bestimmt Uran. Oh, ich könnte hier... ...95 Tage kann ich überleben. Läuft. Wohl. Ach ne, jetzt ist doch der... ...der Generator aus. Ich denke mir nicht alles außerhalb aus dem Generator kann ich vielleicht 100 Tage überleben. Würde ich so schätzen. So, brems mal. Oh, 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 das war knapp. Hätte ich was vergessen. Zu bremsen. Okay, hier ist doch bestimmt was. Mal gucken. Kobalt, Eisen. Eisen. Eisen, Eisen, Gold, Eisen. Mal außen rum. Sieht schlecht aus. Kobalt, Eisen. Kobalt. Nee, das war Platinum. Ich dachte schon, ich hab schon ein Glücklichs gemacht. Gold, Eisen. Kobalt, Platin. Kobalt. Silber, Gold, Platinum, Kobalt. Eisen, Silber. Ne, hier ist nix. So. Mein Schiff anscheinend auch nicht mehr. Doch, da. Das ist ganz schön kleine. Werde ich früher oder später echt verliehen. Was ist das denn? Kobalt. Okay, vielleicht ja da. Ich kann da mit dem Schiff jetzt ziemlich lang draußen bleiben. Das hat er echt gute... Okay, meine Seiten und oben und unten sind sie noch ziemlich schwach. Da muss ich noch welche zusätzlichen bauen. So, mal gucken. Wenn ich jetzt nur so kleiner. So. Hier, so ein großer. Ich glaub, in dem hab ich auch letztes Mal mal nur Oranium geholt. Mal gucken. Kobalt, Eisen, Silber, Kobalt. Eisen, Silber. Kobalt, Eisen, Silber. Was ganzes Neues. Ähm, Kobalt, Kobalt, Eisen, 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 Eisen. Eisen. Eisen, Gold. Platinum. Magnesium. Magnesium. Eisen. Silizium. Kobalt, alles ausrufen. Boatывает mich rein. Sie caste.